so mit dem Weg ist Prozent aber ich kann es es nicht mehr wir sind kaputt das Ende des Posts ich brauche mal ein bisschen vorfühlt übrigens Haus okay grüß haus wer für unser neues haushalter sich ein bisschen vorbau die vorbau ja die geräte vorbauen ach so ist eigentlich sinnvollen die dynamo zu nehmen oder gibt es auch andere sachen jetzt für uns am sinnvollsten wäre eigentlich schon erst mal das team turbo manche wirklich wegen kohle oder wegen wir gehen erst aufwendung und allem schon drum und dran mal da was ist im allgemeinen schon ist aber manche wirklich nicht dass was anderes besser wäre ihr was zum beispiel solar und da ist das scheiße du laber auch leben dann wieder dementsprechende dingens andere kabel rohstoffe und alles ja ich guck mal kurz die produzieren auch nicht wirklich viel mehr als zb steam engine er ist immer noch mal nicht ich hatte uns auch so zu porno aussehen und brauche ich redstone so und dann wie braucht man denn die mit einem eisen und kopper außen rum was ich aber nicht verstehe ja wenn linas bruder jetzt zockt ja kann die doch eigentlich im test bleiben ja aber die wird ja wahrscheinlich ja aber du wirst ja wahrscheinlich den ganzen zeit den reden hören oder er zockt ja nur ja aber trotzdem ich jetzt so kriege ich als ich als ich bei ihr war hat dieses hat man auch nicht gehört wo er gezockt hat oder was ja frag mich doch nicht keine ahnung aber ich weiß es am bed am bed und dringend abwitzelt an der opel ist mit das haben wir nicht da muss einfach den ins Holz und mitnehmen um nun 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 brauche oder so wird ja das ist daraus wichtig dann wurden plänts wenn sie gekriegt ist er preis die kristin aus hat Leuch retali will ich komme eigentlich nicht zu dir dies war so uns mit dieser für die nicht auch ankommen durch den Weg buch 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 was macht mich an der Fall das ist und das ist dem Lied Quintal Klinik Gehweg der wg wie wir es mit dem dort die ich bin ich weg Jetzt hab ich noch Angst vor dem Creeper. Boah, Alter, hättest du jetzt gezündet. Hätt er alles mitgemacht. Nein, du Wechser! Was denn? Er hat unsere Kürbisfarm kaputt gemacht. Oh mein Gott, hier brauchen wir jeder noch alles da wieder hin. Oh, leck mich doch. Hier ist jetzt alles überflutet. Jetzt bist du wieder runtergefallen. Aha. Die Schnauze. Ähm. Naaah. Wer denn, du bist runtergefallen? Nein, dann bin ich runtergelaufen, die Treppe. Es hat die Dings kaputt gemacht. Traptor? Ja. Nein. Sie hat doch so viel ausgehalten. Wie baut man denn den Traptor? Einfach zwei, zwei oder... Wer was? Ach, ich weiß wie. Ja. Ich wollte es einfach in zwei reinlegen und dann... Ich brauche... Ich brauche... hier ist ein loch hallo juli sich dir soll es gleich geben ja wie viel hast du überhaupt nicht gebracht 1,5 stacks vom verbrauchten oder unverbrauchten unverbrauchten das dürfte vielleicht reichen auch nur vielleicht ach das dürfte reichen eigentlich wenn ich komme ich erleben wieder genau ich ja nicht sollte mir davon zu wenig oder so jetzt weil hier in techit hat jetzt auch mal zombiefleisch ne sinnvolle weiß was ich mein ja aber ich glaube das kann man auch in Dingens machen in Exit oder nicht mhm keine ahnung ach siehste so ich wollte eigentlich Steam Dynamo bauen und so brauche ich Copper dafür habe ich alles wieder aufgeräumt ich verliere Koppel Koppel vielleicht mal vier oder fünf Stück ja ich habe gerade vier und ich baue dann vier insgesamt mit dem was da noch ist äh ähm eins eins zwei drei eins drei eins drei brauchen wir dann auch wirklich vier pumpen was ähm 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 normalerweise ja oder äh ja vielleicht kriegen wir es irgendwie mit den mit den Leitungen Water Transport Pipes oder sowas hin oder weißt du was wir dafür brauchen was du weißt ja noch was wir dafür brauchen ach so ja mein Gott sowas ist ein Schauwert anstatt dann einfach nochmal zwei ähm wir brauchen nicht mal Kaktus grün ja mein Gott ich krieg das gleiche soll ich mal Kaktus suchen wenn du willst oder was ist mit dem Portable Tank was ist mit dem was ist mit dem auf sich und eben dachte ich dass das wir haben die Sterling ist ähnchen ja wir brauchen wir müssen aber nichts schon vergessen ja ja wir können wir mit Badbox und sowas anfangen weil ich glaube das für die Sterne ist auch wie andere Kabel oder sowas ich weiß es nicht mehr zwei ja ich hätte lieber eine Fize the Beast spielen würden da gibt es viel mehr Auswahl naja ja ja mehr Auswahl vielleicht als nächstes vielleicht als nächstes oh Gott hör mehr auf noch mal so ein Projekt ja klar aber dann die Welt hier mit benutzen gleich die hier ja wenn dann neustart nein so langweilig macht jeder kaktusgrün das heißt ich brauch ein kaktus wo kriegen wir den kaktus her aus höchsten ja den kann man bestimmt auch irgendwie machen kaktus ne irgendwie geht es immer guck indem ich grüne wolle dafür brauche ich auch ein kaktusgrün ok ein kaktus kann ich nie machen scheiße schau einfach mit deiner karte ob du den in der Wüste siehst oder so du hast wo ist karte x glaube ich jetzt habe ich irgendwas gedrückt es ist schade an der karte dass du da nicht so rumspielen kannst wie in der Sands Minimap ich weiß nicht wer wird einfach mal in die Richtung aber gut jeder Map hat ihre Vor- und Nachteile bei mir ist es